Bobby Box Viertes Abenteuer Der Meister-Cowboy »Hier gibt's ne große Sensation, Man liest und hört's von Weitem schon, Das tausend Dollar, der erringt, Der einen wilden Gaul bezwingt, Jedoch versichere man sich dessen, Es ist bei Gott kein Kuchenessen, Bleib runter von solch wildem Vieh, Spiel lieber in der Lotterie!« Dieses Gedicht hatte Bobby Box verfaßt, Zu dem großen Feste, Das heute in Black Bell seinen Anfang nahm, Und das acht Tage dauern sollte. Der Rummel war in vollem Gange, Die Black-Beller, insbesondere die Cowboys, Zeigten ihren Mut und ihre Geschicklichkeit Im Zureiten von wilden Pferden. Jeder hoffte natürlich von den vielen Preisen, Die große Prämie von tausend Dollar zu gewinnen. Jeder wußte aber auch, Daß es dieses Mal nicht leicht, Ja, vielleicht sogar unmöglich sein würde. Unter den aufgestellten Tieren Befand sich ein gefährlicher Hengst, Der, nach Aussage der Erfahrensten und Ältesten, Nicht zu bezwingen war. Es war der sogenannte Zauberrappen, Der, Abgesehen von seiner gewaltigen Größe, Seiner übernatürlichen Kraft und Stärke, Noch mehr mit seinen unheimlichen Eigenschaften Das Land Arkansas seit Jahren In Schrecken versetzte. In der Nähe Black Bells War er zum ersten Mal In Gefangenschaft geraten. Man behauptete, Dieses Wundertier Sei freiwillig in den Kral gegangen, Da es hier im Orte Eine Mission zu erfüllen habe. Bobby Box zog ein, Als ob es ein Kinderspielplatz wäre, Lief er kreuz und quer, Und kümmerte sich weder um die Barrieren, Noch um Zurufe. Er stand plötzlich in Staubwolken, Sand und Dreck, Mitten im tollsten Wust von Turf und Abenteuerlust. Ein unbestimmtes Geschrei, Kekerekek, Lag ihm in den Ohren. Da, hoppla, hoppla, Durch den Staub, Sah er Einen hopsenden Cowboy zu Pferde. »Donnerwetter, Was ist noch das Leben wert?« Dachte Bobby, Und schon flog der Cowboy Über seinen Kopf hinweg, Hoch in die Luft. Bobby grüßte aus Sympathie Und rief ihm nach, »Auf Wiedersehen!« Er sah nun den fliegenden Reiter Seinen Blicken entschwinden, und es schien ihm, als ob der Flug Auf Nimmerwiedersehen bis in den Himmel ging. Bobby erschrak plötzlich. Ein großes Pferdegebiß mit scharfen Kanten kam aus der Staubwolke auf ihn zu. Oha! Der Gaul ohne Reiter roch in ihm den Dilettanten. Schon machte Bobby kehrt, aber schon saßen ihm die Zähne in der Hose. Pfui! Das war eine Blommage! Alles freute sich, und die Zuschauermenge kam in Rage. Bobby lief immer geradeaus. Sein Hut hing ihm über die Augen, seine Füße berührten kaum noch die Erde, er kam in kalten Schweiß. Der wütende Gaul lag dicht hinter ihm. Er hörte das große Gebiß knirschen, und die eisenlosen Hufe im lockeren Sand dumpf klopfen. Bobby mußte, während er im Laufe dahin flog, immer an Mr. Jims Pferdefuß denken, und an den Alp, zu dem diese menschliche Kuriosität Veranlassung gegeben hatte. Er dachte an die rutschenden Hosen, an die stampfenden und wiehernden Gäule, deren Hufe er jetzt wieder zu vernehmen glaubte. War der Alp eine Vorahnung gewesen zu dieser Katastrophe? In solchen Gedanken, die ihm wie eisige Luft durch seinen Kopf wehten, war er bis hinter die Pferdeställe gelaufen. Ein Cowboy mit der Nummer 13 auf dem Rücken lief ihm voran. In unverminderter Schnelle und in vollem Schwunge überrannte er diesen Cowboy einen strammen Jungen, der als nächster zur Pferde sollte und deshalb dem Stalle zueilte. Die Manager, die bereits vor dem Stall Nummer 13 warteten, nahmen statt des vorgemerkten Cowboys den zuerst hersausenden Bobby in Empfang und packten ihn sofort auf die Falltreppe. Bobby freute sich schon, gerettet zu sein, doch zu früh. Er rutschte auf den riesigen Rücken des schnaubenden und funkensprühenden Zauberrappens. Er konnte gar nicht so schnell begreifen, wie das alles vor sich ging. Die Vordertüren sprangen auf, und das Wundertier, an dessen Halse Bobby hing, schoß in die Arena wie eine durch die Luft pfeifende Rakete, sauste über die Dächer der gegenüberliegenden Stelle hinaus und flog dann in einer Schleifenkurve wieder auf den Platz zurück. Nun machte dieses übernatürliche Pferd die sonderbarsten Kapriolen. Es sprang wohl vierzig Fuß hoch und kam so langsam in den Sand zurück, als hinge es an einem unsichtbaren Fallschirm. Dann tanzte und drehte es sich zu einer Musik exotischer Klänge, die von irgendwoher kamen. Schließlich zerschlug es in einem rhythmischen Takt alle Barrieren, die wie Kleinholz über die Dächer flogen. Seine Nüstern stießen dabei zwei lange blaue Stichflammen aus, die weithin leuchteten. Bobby hatte sich in seiner Angst krampfhaft festgehalten, so gut es ging. Aber der Zauberrappen hatte mit ihm Fangball gespielt und ihn immer wieder mit einer komischen Bewegung seines Rückens aufgefangen. Zum Schluss hatte der Hengst Bobby schön gerade sitzen lassen und war scheinbar artig gezähmt, mit ihm einmal um den Platz geritten. Bravo, 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 bravo! Bobby hatte die Zunft gerettet, der Sheriff überreichte ihm die tausend Dollar. Nach außen hin war alles himmelhoch begeistert, doch innerlich fraß der grüne Neid, und ehe man sich recht besann, war der Zauberrappen spurlos verschwunden. Ich, Glückspilz, heissa, ich hab' Geld! Was kost' das Leben? Was die Welt? Täglich Gourmand, Sekt, Malaga mit Trüffeln, Austern, Kaviar, oder Karosserie mit Dampfmotor? Der Bobby fährt im Wagen vor. Doch nein, ich hab's, was ich gewollt. Ich schenk' das Geld der Marigold!